So, leider bin ich jetzt unterbrochen worden. Ich will meinen Satz ganz gerne noch beenden. Ich will einfach sagen, wer in meine Sachen Hass oder irgendetwas hineininterpretiert oder die Seite nimmt, um sich auszukotzen, ja, oder schlechte Laune zu verbreiten, der ist hier einfach verkehrt. Das ist meine Seite. Es gibt genug Hass auf anderen Seiten, ja. Wer haten und hassen will, soll bitte zu Facebook gehen, ja. Ja, Facebook habe ich schon vor langer Zeit den Rücken gekehrt, um dieses Zeug nicht mehr lesen zu müssen. Wer hierher kommt und meint, ähnlich zu agieren, lernt unter Umständen die rechtliche Seite kennen. Ich schrecke auch nicht davor zurück, jemanden anzuzeigen oder jemanden zu verklagen. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Mein Schwager ist Rechtsanwalt, ja, und unzählige Leute in meiner Familie sind bei der Polizei, Kriminalbeamte und so weiter. Richter, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Also seid vorsichtig mit dem, was ihr schreibt, wenn ihr mir irgendwelche hässlichen Sachen schreibt. Weil hier soll es um Spaß gehen. Ich möchte gute Laune verbreiten, möchte euch erheitern. Und wenn es euch nicht gefällt, dann verschwindet einfach von meiner Seite und lasst euch hier nie wiedersehen. Aber legt euch nicht mit mir an. Denn ich fackel nicht lange und gehe rechtliche Schritte. Und ich hoffe, wir haben uns richtig verstanden, ja. Bislang waren die Kommentare noch okay. Aber Unterstellungen und sowas, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich werde da auch nicht nochmal ein paar Worte drüber verlieren. Das sollte klar sein, ja. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Mir geht es um Spaß und Fun. Und wie gesagt, wer mich nicht sehen will, der muss mich nicht sehen. Alle anderen sind immer herzlich willkommen.